Wir haben Seitenwahl, wo gehen wir hin? Nach unten, ne? Unten ist die Fäden. Suchen und zerstören. Ne, sind zu dritt, da ist noch was. Durch, links, außen. Digga, es geht mit, bitte. Rechtsaußen ist einer. Ganz, ganz rechts. Nein, der scheint mit durch. Ich auch nicht. Was, Miner? Nein, der kam durch die Mitte durch. Der hat mich von der Mitte gezogen. Von der Street konnte er mich gar nicht sehen. Seitenwechsel. Suchen und zerstören. Das Ziel verteidigen. Einer rechts außen. Äh, wir haben schon gewonnen, weil... Bad Person spectating ist, äh... Äh, was ist hier los? Oh, ja, ich hänge an Schweißen fest. Zero, kann man das überhaupt ausstellen? Nein. Heu. Doch, 8.45 Uhr. Stimmt doch. So. Ja, ne, das ist auch falsch. Stimmt. Seitenwechsel. Ah, ne, halt. Nein, 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 nein. Es ist default, sorry. Das ist default. Suchen und zerstören. Das habe ich... Das ist das einzige... Ja, doch, das stimmt. Sorry. Das Ziel zerstören. Wir haben die Bombe. Keiner Street, der hat gestunzt. Äh, wo ist der denn? Ja, ja. Die Bombe wurde platziert. Die Bombe wurde platziert. Gut gemacht. Bereit machen für die nächste Runde. Ja, aber doch klar, dass er von da kommt. Naja, gut, er hätte auch können über deren Bombe kommen, ne? Ja, unwahrscheinlich, dass er so ne große Runde läuft. Oh, ey, mein. Das ist doch, das ist doch genau so weit wie auf... Darum, Alter, laber doch keinen Käse. Achso, er kann ja durch die Mitte laufen, stimmt ja. Ja, okay. Okay. Aber ich hatte es irgendwie im Oberlin, Digga. Ich komme auf die leichtesten Poses nicht mehr hoch, ey. Ja, wo ist der, bitte? Ah, linksaußen, linksaußen, linksaußen. Ja. Jetzt nochmal Mitte hoch, denke ich. Da oben nichts gestand. Ja, über Street, bestimmt. Ja, das wäre ein Spawn. Street. Ah, haben wir. Bereit machen für die nächste Runde. Oh, Mann, macht so Bock. Seid alle so krass eingegamed, Alter. Ich hätte noch öse Probleme, eigentlich. Ja, ich auch, Alter. Oh, Mann. Seitenwechsel. Warum habe ich eigentlich noch Smoke in meiner... Suchen und zerstören. Das Ziel ist zerstören. Wir haben die Bombe. Nach der Seite aufgelegt... Nürn Sim's. Und damitO limitiert... Diesmal, wenn ich da fahre vor... Ach, keiner hat mich zugereихled. Was ist das? Ach, weißt du, was dieses Third Person ist, Klero? Du kannst doch hier Third Person spielen, das ist gar nicht dieses Spectaten, das kannst du nämlich immer, ich glaube, das kannst du gar nicht ausstellen mit dem Spiel. Die letzten noch eine oder zwei? Zwei. Verarschen. Ich werde die Bombe mitnehmen sollen, ey. Ja. Da war, glaube ich, gerade einer. Jetzt, da war einer. Nein. Ah, schade. Wir haben den Kampf verloren. Bereit machen wir für den nächsten. Oh mein Gott, wäre ich lieber eine ganze Runde gelaufen als da rum. Jetzt mir das überlegt, Alter, jetzt den Gebums, Jocker. Scheiße. Ah, hätte wäre, wenn du uns so scheiß drauf hast. Weiter geht's. Was? Damit du nicht einstellen musst, oder was? Okay. Ja, dann bleiben wir einfach drin, scheiß drauf. Ich finde den Host ja nicht schlecht. Und gestunt mit dir. Und gestunt. Top, top. Ja, sauber, Vegas. Schön. Erste Runde gewonnen. Erste Mets. Schön gemacht. Jo, danke. Alter, Spiel kann ich besser wie Black Ops 2. Das hat man ja auch schon ein ganzes Jahr lang gespielt, ne? Ja, ja. So. Betsnaz. Betsnaz wird es. Ah, jetzt bin ich der da gegangen. Ah, nee, ich bin doch richtig. Wir gehen wohl auf. Wir gehen auf A dann. Oh, du reichst ja ein, ah ja. Ah, na, okay. Ich bin doch. Oh, fuck. Ich hab die Reinde. Das, ey. Toll. Ich kam nicht rüber. Toll. Oh, der ist noch ewig am Spawn rum, Vegas. Ja, einer muss da ein bisschen Backup AR machen. Ich dachte, du ziehst gleich so. Oh, Backup AR bei 3 und 3, Alter. Was laberst du, Alter? Suchen und zerstören. Lero, wo gehst du hin? Das Ziel verteidigen. Oh, der ist schon durch. Oh, der ist schon durch. A durch. Alter, total weak bin ich, Alter. No, er liegt. Da sind zwei rechts außen gewesen. Ich würde sagen. Team Donuts. Jawohl. Sauber, Jungs. Weiter so. Ich hab hier gar nicht mehr, ich wusste, ich wusste gerade nicht mehr, wann der hier aus diesem Scheiß-Tunnel rauskommt und wann nicht und ach, Alter. Seitenwechsel. Suchen und zerstören. Das Ziel zerstören. Wir haben die Bombe gesichert. Stunt. Eine Rollhöhle. Hab ich. Äh. Oh. Oh, der ist A, der ist A-Spot, der Typ ist A-Spot. Die Bombe wurde platziert. Lero, guck du ganz nach hinten. Nein, er kommt von unten durch. Nein, er darfst zurück, er darfst zurück. Okay, er müsste bei dir kommen. Hast du in den Tunnel? Ja, der war blau, ähm, grüne Kiste. Nein, der ist A-Spot nicht mehr. Oh, wo ich hinschieße, Alter. Wie lächerlich, Mann. Bereit machen für die nächste Runde. Wir sind gut veraimt, er. Ja, ja, ich weiß, wer... Suchen und zerstören. Das Ziel verteidigen. Ich hab zwei Mann, ich hab einen gestunnt. Oh, Ren. Ja, ja, einer ist schon durch, einer ist am Bagger schon bei dir. 1-1. Der ist hier beim Bagger bei mir. Gut gemacht, Genossen. Bereit machen für die nächste Runde. Ja. Seitenwechsel. Wohin? A, B. Ich gehe mit einem MP in die Mitte. Ich gehe mit einem MP, dann. Das Ziel zerstören. Ja, Mann. Wir haben die Bombe gesichert. Der Press gestunnt. Der ist wahrscheinlich schon in der Ecke, Klero. Oder so, keine Ahnung. Ich flente. Die Bombe wurde platziert! Unser Spawn. Oh Gott, mein Aiming, Alter. Mein Aiming, Alter. Sehr lächerlich, wie schlecht. So, einer ist schon rausgegangen. Bände, die Tände, die Tände, die Tände, Alter. Schuhe, schuhe. Das Ziel verteidigen. Oh mein Gott, Alter. Schade. Das hätte ich gerne gesehen. Das war einfach eine Random-Nade. So, jetzt muss ich hier noch reporten, ne? Oder so ein Scheiß.